SWR 2, Zeitwort. Ruth Lanzhoff-Jork weiß, was sie will. Unabhängigkeit, Freiheit, Aufmerksamkeit und ein eigenes Motorrad. Für die Fahrprüfung in Berlin-Charlottenburg am 4.06.1923 braucht die 19-Jährige eine Sondergenehmigung. Denn in der Weimarer Republik gilt man erst mit 21 als volljährig. Nach bestandener Prüfung kann sie mit ihrer neuen Megola durchstarten. Für die Stadt ist das Motorrad allerdings nicht sonderlich geeignet. Es hat weder Schaltgetriebe noch Kupplung, sodass man es nach jedem Halt anschieben muss. Also brettert die junge Ruth damit vor allem über Land. In der City steigt sie bald schon aufs Auto um. Als einer der ersten Girl-Driver genießt sie das Rampenlicht. In ihren Feuilletons für das Magazin Die Dame schreibt sie ironisch über ihre Erfahrungen im Straßenverkehr und den schwierigen Umgang mit Verkehrspolizisten. Es ist ihnen ganz gleichgültig, ob man ein Traktorführer ist mit sieben Anhängern oder ein weißseidener Mädchenschauffeur mit frisch gewaschenem Wägelchen. Manchmal gelingt es mir allerdings so dumm und hilflos auszusehen, dass sie mich für völlig unbegabt halten, alle anderen Wagen abstoppen und mich vorbeilassen, damit ich ihnen nicht ihren ganzen Verkehr in heillose Unordnung bringe. Mit ihrer Liebe zum Automobil ist Ruth Lanzhoff-York der Inbegriff der neuen Frau der 20er Jahre. Auch ihr Äußeres mit dem Kurzhaarschnitt und der knabenhaften Figur passt ins Bild. Vor allem aber ihr Lebensstil. Die lebendige junge Frau macht, wie man heute sagen würde, ihr Ding. Sie reist quer durch Europa, lebt sexuell freizügig, schauspielert, modelt und schreibt. Konventionen kümmern die Nichte des Fischer-Verlag-Gründers Samuel Fischer wenig. Sie gilt als androgyne Stilikone und Pionierin des Cross-Dressings. Partys besucht sie gerne mit Schnurrbart und Frack, während ihre männliche Begleitung im Abendkleid erscheint. In einem Text für das Berliner Tageblatt mokiert sich die Meisterin der Selbstinszenierung über alte Rollenbilder. Alle Männer haben sich allmählich daran gewöhnt, Mädchenbeine zu sehen. Sie haben es satt. Also bilde dir nicht ein, dass du großen Eindruck machst, wenn du sinnend da sitzt und deine gefällig kreuzt. Das Herunterdrücken der Fußspitze, um den Spann zu wölben, zieht nicht mehr. Und wenn du ihm deine Knie wie zufällig zeigst, wird er dich höchstens fragen, ob du sie gestern beim Reiten verletzt hast. Zeig ihm lieber deine Tennismuskeln. An der Seite ihres 26 Jahre älteren Geliebten Karl Vollmüller wird Rotlandshof York ab Mitte der 20er Jahre zum umschwärmten Mittelpunkt der Berliner Boheme. Als Filmstar Charlie Chaplin in die Stadt kommt, ist sie es, die ihn herumführt. Tänzerin Josephine Baker feiert nach ihren Berliner Auftritten halbnackt in Vollmüllers Salon am Pariser Platz weiter. Und Harry Graf Kessler, sichtlich angetan von dem wilden Treiben, notiert in sein Tagebuch. Und die kleine Lanzhoff, die wirklich wie ein bildschöner Junge aussieht, tanzte mit der Baker moderne Jazz-Tänze zum Grammophon. Die Machtübernahme der Nationalsozialisten macht dem wildkreativen Leben der Berliner Boheme 1933 ein Ende. Als Jüdin erkennt Ruth Lanzhoff York die Zeichen der Zeit früh und verlässt Deutschland noch im gleichen Jahr. Ab 1937 lässt sie sich dauerhaft in New York nieder, wo sie 1966 stirbt. Auch dort Mittelpunkt einer lebendigen Subkulturszene schafft die 62-Jährige das Kunststück, das sogar ihr Tod inszeniert wirkt. Während eines Theaterbesuchs am Broadway bricht sie kurz vor Beginn der Vorstellung zusammen. Die meisten Zuschauer denken, der Herzinfarkt im Foyer sei Teil des Stücks und umringen sie neugierig. Vor ihrem letzten Publikum stirbt sie. Auf den Lippen das indische Mantra OM.